Ladies and gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect, euer Ding am Start. Wir sind jetzt hier in dieser komischen Forschungseinrichtung. Keine Ahnung, was uns erwartet. Letztes Mal haben wir viel gesammelt. Jetzt werden wir viel töten, habe ich entschieden. Oh fuck. Warte, wir wechseln erstmal die Waffe, wir nehmen eine entspannte Pistole in die Hand, und machen da die Munition rein, zack, alles gut. Oh, Computer untersuchen, da will ich rein, komme ich da rein? Oh, hier ist eine Tür und da ist eine Tür und hier ist eine Tür. Wo muss ich hin, ist jetzt die Frage. Oh mein Gott, ich will verwirrt, ich will alles mitnehmen. Oh, hier läuft man nicht. Oh nein, da komme ich nicht rüber. Oh, Datenpad, grüße. Ich hatte recht, diese Station war eine Art Karte, die zum Hauptteil der proteanischen Ruinen führt. Dr. Holoi und ich sind uns einig, dass das um jeden Preis ein Geheimnis bleiben muss. Ja. Ich lasse nicht zu, dass so etwas wie eben Prime noch einmal passiert. Die Gäste, die Reba, sie alle, sie müssen aufgehalten werden. Ja, ja, das macht alles Sinn. Boah, Alter, die braucht eine andere Maske, die Alter. Das sieht so schrecklich aus. What the fuck? Aktivierung des Energierasters der Forschungsbasis hat weitere vulkanische Instabilität ausgelöst. Empfehle sofortiger Reise. Nein. Wir müssen noch hier rein. Nein, ich muss mir das hier noch alles angucken. Ich muss noch in die Tür rein. Wenn wir jetzt sterben, dann Pech. Ich will mir das hier alles angucken in Ruhe. Ich das gewusst, hätte ich das nicht aktiviert. So, ich möchte jetzt mal in die Tür in Ruhe rein und mach mal keine Hektik, keine Panik auf der Titanic, ihr Freunde. Was gibt's hier? Hier, raffinierte Siridium müssen wir noch abgreifen und das war's, sonst gibt's hier gar nichts mehr. Also mach mal hier alle Kaiphotten. Wir machen immer Stress, ey. Immer stressig, stressig. Na, großartig. Zur Seite, Mann. Ich muss hier durch. Ich bin Arzt. Ich bin Arzt. Du, 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 du. Du, 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 du. Du soll doch jemanden nicht so ausrasten. Ist doch alles unter Kontrolle. Und jetzt? Jetzt sind wir da hoch. Oh shit Oh! Eine Quelle der Macht! Ja, was ist das für mich jetzt, wenn wir fast von irgendwelchen Felsbrocken erschlagen werden, ihr Pisser! Holy Mensch! Man, das ist unser Schiff, ja stimmt, das wäre ein anderes Schiff Souverän, geregelt So, jetzt machen wir den nächsten Feuerzwiebel-Quest Aber ich glaube auch, war der hier oder war der... Ich weiß nicht Wir können eh nicht so weit fliegen Das ist jetzt das Problem Wir sterben jetzt auf halbem Wege Wir haben keinen Treibstoff mehr Benutze ÖLG-Antrieb für Notfallsprung zu einer Treibstoffstation Oh! Krass Okay, Treibstoff kaufen, Bitches Kaufen, 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 kaufen Wir haben jetzt übel für Iridium verloren dadurch Stellt euch vor, wir haben kein Iridium mehr! Was dann? Dann sind wir in einem Game Over Hä? What the fuck? Oder bin ich das falsche Ding angeflogen? Nee, das gibt's hier gar nicht Hm, nochmal So Doch, Artefakt Sammlung und... Nee, das hier Sorry! Sorry! So, so, so Artefakt Sammlung Hm? Okay Well, well, well Look at this Anomalie gewartet Das geht starten Starte Sonde Starte Sonde Starte Sonde Ich habe etwas gefunden Los geht's Wir müssen jetzt Artefakte sammeln Ich glaube dann waren das alle Feuerzwiebel-Missionen Oder? Oder haben wir noch eine? So Du, du Kommt mit Jawoll! Wir fliegen wieder Oh! Ein Geatch! Ein Geatch! Oh, das sind alles Geatch! So! Ich dachte, oh mein Gott! Ah, getrackten bitches! Noch eine? Ne! Ähm, Artefakte finden! Por favor! Ich glaube die sind dahinten! Jaja, das ist gut, dass das so gekennzeichnet ist! Wie geht's denn hier? Oh mein Gott, look at this shit! Was ist das denn schlau spielen? Oh, springen! Boom boom boom! Oh, springen! Oh, nicht da! Ich glaube, er kommt nicht damit klar, dass wir hier unten sind! Doch, er kommt doch nicht klar! Konzentration mit unseren Lenkraketen! So, nice one! Vielleicht das Artefakt abgreifen! Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot! Schön um die Kurve zu sliden! Puh, puh! Der hat nicht getroffen! Jetzt aber... Okay... Dann gehen wir erstmal hier ein... Ah ja... Der nächste... Guck mal, ob wir den treffen, das ist die Frage! Ne! Das macht mich sehr traurig! Das macht mich sehr traurig! Jetzt hab ich euch jemanden getroffen! Ja, wir machen das safe, ne? Wir spielen das safe runter von hinten! Schön, asozial, wie wir sind! Einfach den Koloss runterhauen! Ah, weiß! Ich glaube Shepard raucht immer eine, wenn er ein Artefakt findet. Der Junge, der gönnt sich einfach. Der ist ein Gönner. Schön einen durchblutzen. Ich weiß nicht. Please give me Direction. Boah, kommt, come with me bro. Dauerfeuer, FTW. Uuuuh. Boah, ist doch eine Rakete. Die Rakete hätte mich zerschmettert bestimmt. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich bin von da gekommen, hierher und das war's. Ich ging jetzt. Und jetzt! Nicht da rüber. Ah, Tatsache. Mein Gott, sind wir wieder smart heute. So, nicht in die Seuche fallen. Kurz das Zeugchen mitnehmen. Jawoll. Direkt rausgehauen. Alter, das ist voll schwer. Was ist das so schwer, das zu sammeln? Nein, sammle das jetzt. Ja, 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 ja. Richtig viel Platin abgegeiert. Richtig viel Platin abgegeiert hat. Schon wieder. Skandal. Wut. Keine Rücksicht auf Verluste. Einfach weg, Nuts. Im Inneren des Fahrzeugs gilt ständiges Rauchverbot. Ich schoss den Blutz noch andauernd eine. Wenn wir mich hier den Sieg holen mit den Artefakten. Also, ich schoss dení von den Artefakten. Was ist der für den Favoriten? Der ist das für den Betrieb. Was ist denn das für den Rennen? Der ist der, der ich schoss den Armhäuer. Da hinten. Sehr gut. Ich bin da oben. Warnung GES Streitkräfte entdeckt Aha Koloss Oh nein 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 Pfff That was close bitch bitch get him get him get him get the other one too oh my god oh fuck my life what the fuck What the fuck Get that son of a bitch Whew Whew Go away bitch Gimme this Oh shit Don't fly Yeah We're gangsters Hang it Hold Yes we did it Go away Whew Schön 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 Oh shit Oh shit What a burden Ups Proteanische Funde, das ist jetzt neu Ja geil, was machen wir jetzt? Schaffen wir das noch? Ah, kann doch mal langs dauern, aber Einen Teil schaffen wir davon noch Äh, was im Portal, bitte Nur die Hälfte unseres Treibstoffes ist noch übrig Gewiss, gewiss Deswegen müssen wir den jetzt auch erstmal vollladen Ein bisschen Geld ausgeben dafür Und dann fliegen wir Zum nächsten Feuer Shit Proteanische Ruinen Ah ja Sammel, sammel, sammel Sammel, sammel, sammel Da oben Feuergänger Proteanische Ruhe Scan start Was, es gibt hier keine Anomalie? Kann ich einfach nur lang? Sonde gestartet Nochmal Ich habe eine Anomalie geortet LoL Sonde gestartet Da ist etwas auf unseren Sensoren Dann los geht's LoL, den Planeten habe ich gar nicht gesehen, der war so SMALL Sonde gestartet 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 Kinetische Barriere entdeckt Stärke der kinetischen Barriere Überschneigt Potenzial konventioneller Waffen Empfehle abschaltende Energiequellen Sonde gestartet Sonde gestartet Sonde gestartet Aber wir müssen einfach nur zu diesen Teilen hinfliegen, wo sie sind, dann ist das ja nicht so schwer. Gib mir das! So ist das. So will we do it? Okay, das war eins. Wuhh, auf einmal so intensive Musik und alles! Get dragged some. Nice. Alter, wer hat diese Schutzeinrichtung hier gebaut, Mann? Die geben mir richtig auf die Eier, den Typen. Wo? Wo? Irgendwo habe ich einen gesehen. Egal. Oh, hier. Der Kino-Kinettische Barriere verringert. That's how you do it, bitch! Der Kino-Kinettische Barriere deaktiviert. Der Weg ist frei. Der Weg ist frei. Der Weg ist frei. Nice. Ausrausschette, erstmal mit einer Rakete reinschießen. Macht Sinn. Oh, 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 nice. Dann in der nächsten Folge werden wir die Ausgrabungsstätte erforschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.